Ich habe heute eine weitere absolut wilde königliche Geschichte, die ich mit euch allen teilen möchte. Für Prinz Harry und Meghan Markle war es in letzter Zeit sicherlich dramatisch, und es scheint, dass ihre Spannungen in eine wirklich explosiven öffentlichen Zerschaustellung übergekocht sind. Kommen wir zu den schockierenden Details. Augenzeugenberichten zufolge spielte sich alles gestern Abend am Los Angeles International Airport ab, als Harry und Meghan gerade versuchten, mit ihren Kindern Archie und Lilibet einen Linienflug zu erwischen. Mehrere Passagiere gaben an, die Familie schon vor der Sicherheitskontrolle wütend streitend zu sehen. Eine Zeugin sagte, Meghan wirkte gestresst und erhob ihre Stimme, während sie Harry wiederholt sagte, er soll sich beeilen, sonst würden sie ihren Plan verfehlen. Man sah, wie Harry mit den Kindern hinterherlief, wirsch wirkte und nicht auf Miggans Beschwerden reagierte. Das Flughafenpersonal versuchte, den sichtlich hitzigen Schlagabtausch aus der Distanz zu beruhigen. Allerdings soll es zu einer dramatischen Eskalation kommen, sobald die Familie den Sicherheitskontrollbereich erreicht. Mehreren Umstehenden zufolge schallt eine verärgerte Meghan Harry lautstark, weil er mehr als die Flüssigkeitsmenge in ihre Handgepäckstöcke gepackt hatte, als ein TSA-Agent ihnen höflich mitteilte, dass einige Gegenstände entsorgt werden müssten. Meghan soll angeblich in einen Wutanfall geraten sein. Augenzeugen behaupten, sie habe begonnen, sowohl Harry als auch das Sicherheitspersonal mit Schimpfwörtern und Beleidigungen zu beschimpfen und zu schreien, dass sie ihr den Tag verderben und ihren Flug verzögern würden. Als die Szene für Unruhe sorgte, berichteten andere Passagiere, dass Meghan sich an dem TSA-Agenten vorbeidrängte und Harry anschrie, das ist alles deine Schuld, du Idiot, während ihre Kinder in der Nähe zu weinen begannen. Zu diesem Zeitpunkt griffen die Strafverfolgungsbehörden des Flughafens ein und gingen vorsichtig auf das verzweifelte Paar zu, das immer noch in einem heftigen Streit versunken war. Man sah Meghan, wie sie Harry körperlich in die Brust stieß, während sie ihm ins Gesicht schrie, während er auf den Boden starrte, offensichtlich taub vor Verlegenheit über den öffentlichen Zusammenbruch, der sich abspielte. Als die Beamten sie freundlich aufforderten, sich zu beruhigen oder das Risiko einzugehen, vom Gelände entfernt zu werden, soll Meghan ihre Wut als nächstes auf sie gerichtet haben. Die Zuschauer hörten sie schreien, sie sei eine königliche Herzogin und hätten daher kein Recht, sie während ihres Wutanfalls zu berühren oder in irgendeiner Weise zu befragen. Doch das Sicherheitsteam blieb standhaft. Als sich eine Menschenmenge um die explosive Auseinandersetzung versammelte, spitzten sich die Dinge zu, als Meghan angeblich frustriert wild mit den Armen wedelte, als sie einen in der Nähe befindlichen Kinderwagen mit einem Baby darin umwarf. Glücklicherweise blieb das Kind unverletzt, doch das war letztendlich zu viel für die Strafverfolgung. Nachdem sie bereits mehrfach gewarnt hatten, packten sie Meghan an den Armen, um sie wegzubegleiten, während sie die ganze Zeit mit Füßen trat und Obszönitäten schrie. Der schockierte und blasse Harry stand einfach wie erstarrte und hielt immer noch den weinenden Archie und die kleine kleine fest, während Meghan kurzerhand von Beamten aus dem Flughafen-Terminal gezerrt wurde. Berichten zufolge folgte Harry schließlich mit den Kindern, nachdem er in beschämendem Schweigen ihr weggeworfenes Gepäck und ihre Habseligkeiten eingesammelt hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren Dutzende Telefone unterwegs, um die dramatische Szene zwischen zwei Royals zu filmen, die eindeutig irgendeiner Intervention bedurften. Kurz darauf tauchte ein Video auf, das eine verrückte und zerzaust aussehende Meghan zeigt, die immer noch die Beherrschung verliert, während sie vor dem Flughafen in einen Polizeiwagen verladen wird. Verständlicherweise sind die Aufnahmen der gesamten hässlichen Konfrontation seitdem weltweit viral gegangen und haben insgesamt über 100 Millionen Aufrufe erzielt. Die Leute scheinen den Blick nicht von dem Zugunglück abzuwenden, bei dem Meghan theatralisch zusammenbrach und von den Strafverfolgungsbehörden an einem so öffentlichen Ort festgehalten werden musste. Experten äußern nun ernsthafte Bedenken hinsichtlich ihres unberechenbaren Verhaltens und der zur Schau gestellten Wutausbrüche. Die bisherigen Reaktionen waren immens und reichten von Schock und Verlegenheit bis hin zu Mitgefühl, aber auch Verurteilung dafür, wie eine so privilegierte Frau sich vor gefährdeten Kindern verhielt. Auch Freunde des Paares blieben ungewöhnlich still. Was Harry betrifft, haben viele jetzt Angst um sein eigenes Wohlergehen, wenn er unter der unberechenbaren Kontrolle von jemandem steht, der offensichtlich emotional und psychisch so große Probleme hat. Unnötig zu erwähnen, dass dies definitiv eine der empörendsten königlichen Schlagzeilen ist, die wir seit langem gesehen haben. Berichten zufolge versucht der Palast verzweifelt, sich von dem gesamten Fiasko zu distanzieren. Teilen Sie mir Ihre Meinung zu diesen unglaublich dramatischen Entwicklungen rund um Prinz Harry und Meghan in den Kommentaren mit. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Ich werde Sie auf jeden Fall informieren, wenn es neue Details zu diesem wirklich verrückten Vorfall am Flughafen gibt. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.